Ist das heiß oder ist das nicht heiß? Meine Herren! Der soll aber nicht hier landen. Hier ist es schwer buckelig. Der soll ein bisschen weiter durch landen. Ist das nicht toll? Super! Der kann das aber. Der soll ein bisschen weiter durchlaufen. Der soll ein bisschen weiter durchlaufen. Da läuft wieder voll durch Spilteck, aber Vielen Dank.